Hallo und herzlich willkommen zu AWFNR 415. Heute mit meinem guten alten Freund Materia. Den muss ich nicht vorstellen, den kennt ihr hoffentlich. Der beste Rapper, der bestaussehendste Rapper war früher Fußballer und Model und er kann auch super andere Sachen machen, kann vor allem was erzählen und hat sein Leben versucht zu verändern im Januar. Wie genau, wird er uns erzählen in dieser Folge, wird er mir erzählen und damit euch auch und dann könnt ihr zuhören. Ich möchte mich nochmal bedanken. Letzte Woche der Auftakt, es war wirklich unfassbar, wie sehr ihr da am Start wart. Die meistgeteilte Folge ever auf Spotify von AWFNR. Das war wegen euch. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr habt das so geil supported und ihr habt mir so geholfen dabei. Macht mich richtig selig und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Dann gibt es noch den Newsletter Post von Paul jeden Samstag. Letzten Samstag habe ich da zum Beispiel ein, zwei Insider platziert, die fairerweise in dem Gespräch mit Paul, die gab so ein, zweimal den Moment, dass du als Zuhörer vielleicht das Gefühl hattest, bei so zwei guten Freunden, die Insider erzählen, zuzuhören und nicht so richtig zu wissen, worum es da ging. Zum Beispiel über Japan oder über Gerüche oder was auch immer. Einen der Insider habe ich am Samstag bei Post von Paul erzählt, weil da gibt es immer eine Audio-Version auch von dem Newsletter und sonst halt ein paar Content-Tipps, was ich mir so anschaue, was hier so passiert. Am Samstag ist vielleicht auch eine kleine Überraschung im Newsletter von Post von Paul und vielleicht sogar ein kleines Geschenk. Deshalb würde ich mich an deiner Stelle da jetzt auch anmelden. Post von .paulribke.com ist die Adresse, wo man sich anmelden kann. Und ansonsten möchte ich mich noch bedanken bei Otto Mohl, dem Begleiter für deine Gesundheit. Ihr supportet es hier. Vielen Dank dafür. Und jetzt geht's los mit AWFNR 415 mit Materia. So, das war ein Intro von Scarebeat. Der hat mir geschrieben, man hat es auf der MPC zusammengebastelt. Wie findest du das? Materia? Hallo, Materia. Toll. Schön, oder? Hallo, mein Herr Paul. Schön, dass die MPC noch zum Einsatz kommt, oder? Finde ich nämlich auch. Und ich habe auch, also ich habe in der letzten Folge ja gefragt, ob irgendjemand uns Beats oder Intros schicken kann oder mir Intros schicken kann, damit ich irgendwie so einen neuen Sound, ich weiß gar nicht, heißt das Jingle? Heißt das? Du bist doch aus der Musik. Ist das ein Jingle, was so eine Intromusik quasi, ich mache, ich rede am Anfang was, das funktioniert? Ein Anthem. Ein Anthem, glaube ich. Ein Anthem, okay. Das Anthem habe ich jetzt nicht mehr und brauchte ich ja ein neues. Und jetzt haben aber so viele Leute mir ganz, ganz viele Sachen geschickt. Und deswegen habe ich, also einer der ersten war genau Scare Beats und den habe ich gefragt, ob er, also wie wir damit jetzt umgehen, weil ich eigentlich jede Woche ein neues Anthem benutzen wollen würde. Und der hat dann vorgeschlagen, dass wir die 1000 Euro, die ich dafür ausgelobt habe, an Viva con Agua spenden. Und als Dankeschön bekommt jetzt jeder, der allerdings nur für eine Folge sowas komponiert, bekommt ein Paris-Paket einfach, ein Überraschungspaket. Und dann schicke ich so ein kleines Dankeschön und dann machen wir jede Woche, in jeder neuen Folge gibt es ein neues Anthem. Ist das schön. Das ist toll. Ja, machst du auch eins? Wichtig ist ja, also bei einem Anthem ist ja das Wichtigste, dass es immer dasselbe ist, damit sich die Leute das einprägen. Aber das ist auch eine gute Idee. Regel Nummer eins beim Anthem. Okay, ganz kurz, ganz kurze Frage. Was ist dein Lieblings-Anthem aus, also es kann jetzt eine Serie, ein Comic, ein Manga oder ein normaler, hast du ein Lieblings-Anthem? Ja, 100%. Sag mal. EA Sports, it's in the game. Das ist ein Jingle. Oh. Also sowas wie zum Beispiel, kennst du noch Mila Superstar? Nee. Was ist Mila Superstar? Na, so eine Volleyball-Spielerin, die früher, so japanische Zeichentrickserien oder Tsubasa. Kam das in der DDR? Nein. Gab es Kinder Serien aus? Ja, japanisch. DDR war sehr gut verknüpft mit Japan. Also das sind so, oder Thundercats oder zum Beispiel das A-Team oder Airwolf oder der berühmteste Anthem ist ja wahrscheinlich Knight Rider, der Sound. Ja. Kennst du alles nicht sowas, ne? Ich hab nicht so viele Fernsehungen. Mila kann lachen, wie die Sonne über Fujiyama. Mila, das kennst du nicht? Immer, immer am Ball. Sie lässt die Gegner fliegen. Und das ist unsere Jugend. Noch nie gehört. Obwohl wir, du bist ein bisschen jünger als ich. Das darf man ja auch nicht. Also sollen die Leute auf jeden Fall mal, weil Mila, also ich würde sagen, 98% der Leute kennen Mila Ayuhara. Ich frag das mal auf Insta. Ja, frag das mal bitte bei Insta. Sag mal, okay. Das heißt, also du rätst mir doch einfach ein Anthem zu machen oder findest du, also jetzt kurz. Naja, also es gibt, also ich bin ja auch, es geht ja immer darum, also der Erfolg, dass Paul Rübke jetzt sozusagen solo ist mit tollen Gästen, ist, sag ich mal, sehr, sehr doll abhängig davon, dass es eigentlich immer derselbe sein müsste. Mit so einem geilen Sound, so Stromberg-mäßig oder mit so einem geilen Wiedererkennungswert. Aber im Endeffekt kann ja manchmal, also ich bin ja das beste Beispiel, ich hab wirklich keinen guten Rappernamen und hab's ja trotzdem irgendwie geschafft. Also wirklich ein guter Rap-Name. Ja, Materia klingt eher wie eine Rock-Heavy-Metal-Band aus Australien. Heute spielt Pantera neben Metallica und Materia. Ja, das ist ja kein, ich kann's nicht aussprechen, also würdest du es ja wie Jan Dillet, Materia aussprechen, wenn du es so siehst, dann musst du ein spanisches Wort englisch aussprechen, so wie mein Name. Das kann halt niemand, alle schreiben es ohne R, das ist einfach ein scheiß Name eigentlich. Aber ich hab's trotzdem irgendwie geschafft mit diesem Namen, aber natürlich ist Sido besser, würde ich jetzt mal so sagen. Oder 50 Cent ist natürlich ein sehr guter Name, vergisst man jetzt nicht so leicht. Und die, ich hab ja auch, also, aber ich find Materia schon mega geil, dass das als Martin mit R geschrieben ist und dass die Materie da drin ist und das eben andersrum, also ich, inhaltlich finde ich es sehr, sehr kompliziert. Weißt du was ähnlich, nicht mal ganz, also natürlich nicht mal angenehm so groß, aber ähnlich geht's mir mit Rip Kitchen. Da sagen auch 99 von 100 Leuten, wenn sie's lesen, sagen Rip Key Kitchen. Das heißt, das ist, ich find den voll geil, den Namen, aber den kann halt niemand aussprechen und dementsprechend ist er ja schon eher scheiße, der Name. Also einfach nicht so. Das ist es halt, ne? Also das ist dann so, ja, aber das sind ja so diese Wortspiele, die man sich da so überlegt. Manchmal will man halt einfach ein schönes Wortspiel und ich mein, das läuft ja wie zum Beispiel mit dem Parisling gut. Da sagen sie ja auch nicht Paris-Riesling, also können sich die Leute ja auch schon mal anstrengen irgendwie, oder? Stimmt. Ja, aber, ja, das ist halt die Frage, was, und überlegst du einen neuen Rapper-Namen dir? Also, hast du da Option? Jetzt so, the artist formerly known as Materia ist jetzt? Ja, ich bin jetzt eigentlich, ich bin natürlich auch jetzt 39, jetzt ist das Thema Rap bei mir ja auch langsam so ein bisschen durch. Ich versuche ja jetzt schon irgendwie, versuchen irgendwie eigenständig, also das Rap-Thema. Jetzt ist es okay für mich. Also ich mag, ich mag meinen Namen ja, ich mochte den ja auch schon immer. Und jetzt hat er sich ja auch etabliert. Aber zum Beispiel habe ich wiederum jedes Album eine neue Typo. Also Typo für Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist. Also eine neue Schriftart, was auch richtig, richtig nicht gut ist. Wo dir jeder sagen würde, also wenn jetzt Apple ein Jahr später eine Birne hätte als Logo und das Jahr darauf eine Avocado, wäre es nicht so erfolgreich geworden, oder? Und immer so angebissen, weil man ja so viel in Avocado beißt. Immer so angebissen. Toast und Toast. Oh, wer hat da wieder reingebissen? Meine Kinder haben alle immer in Butter gebissen. Also ich habe regelmäßig, haben alle, meine Kinder haben einen gemeinsamen Nenner, die haben immer in den Butterblock so reingebissen, wie so ein Tier. Das ist dann so ein Zahnabdruck und wirklich einen großen, massiven Biss und haben sich den Wanst vollgeschlagen. Sind ja alle drei nicht dick und insofern, kann ich das so sagen, hast du auch als Kind in Butter gebissen? Nee, ich habe aber neulich ein tolles Erlebnis mit Butter gehabt. Ich war bei Butter Lindner mal wieder nach 100 Jahren. Das ist ja so ein, dieser geile, das vermisst man wahrscheinlich in Newport Beach sehr. Und da gibt es bei Butter Lindner, da gibt es ja diese genialen Buttermaschinen, die die Butter so salzen und dann so abtragen. Und das war wirklich ein schöner Moment, muss ich sagen. Ich mag ja wirklich Butter. Ich bin auch ganz klar Team Nutella mit Butter. Ich auch. Ist ja auch wahrscheinlich so 50-50 bei den Leuten. Aber ich finde das, also ich esse so gut wie gar kein Nutella-Kram überhaupt. Aber wenn, dann mit Butter. Da sind wir doch schon, du warst den ganzen Januar, wenn ich das richtig sehe, zumindest hast du mir Fotos geschickt, in Sri Lanka. Korrekt? Korrekt. Und hast Aloe Vera gemacht dort und hast quasi ne Kur gemacht. Ja, genau. Sehr gut. Ich habe eine Aloe Vera Kur gemacht, gegen Sonnenbrand. Du hast im Dezember einfach einen riesen Sonnenbrand und hast dann gesagt, Leute, ich brauche jetzt Aloe. Ich muss jetzt einmal, wo gibt es viele Kakteen? Sri Lanka. Das ist der Ort, das ist der Höhepunkt. Mexiko kann man auch sehr, sehr viele Aloe Vera Kuren machen. Meinst du eigentlich, Aloe Vera ist die gleiche Pflanze wie Tequila? Also kommt das aus dem gleichen? Tequila kommt doch aus dem Kaktus, oder nicht? Genau. Aber Aloe Vera ja auch aus irgendeinem kaktusmäßigen Ding, oder nicht? Ja, aber ich meine, man weiß ja, dass diese Aloe Vera Treatments haben ja eine jahrelange, jahrtausendlange Tradition. Es gibt, wie lange gibt es? Ich meine, Sonnenbrand gibt es, seitdem es die Sonne gibt, oder? Korrekt. Genau. Und die gibt es schon super lang. Also ich glaube, das ist tatsächlich... Mindestens 300, 400 Jahre gibt es die schon, glaube ich. Safe. Ohne Scheiß. Und dementsprechend haben die Leute auch schon immer Sonnenbrand gehabt. Und schon im Mittelalter haben, klar, da gab es Tanlines von den Ritterrüstungen sozusagen. Dann gab es kurze und lange. Und dann haben die quasi so ein ganz beschissenes Gitter immer als Tanline gehabt, weil ja quasi der Helm so ein Visier hat, weißt du? Und dementsprechend war daraus sind die Aloe Vera Kuren entstanden. Gut. Früher hatten ja auch die Menschen noch mehr, waren ja mehr behaart noch. Das merken wir ja jetzt im fortschreitenden Alter, dass man natürlich auch Haare an den Ohren und so kriegt. Aber mit mehr Haaren ist natürlich weniger Sonnenbrand. Aber ich glaube, die haben dann halt einfach verstanden, okay, es gibt ja immer das Plus und Minus in der Natur, wenn es da den Baum gibt, wo ich irgendwie nicht unterstehen darf, also wo der Blitz einsteht, dann ist daneben auch ein Baum, wo der Blitz nicht einschlägt. Und dann haben sie gedacht, komm, was ist, könnte hier die Pflanze sein? Und dann zack, haben sie diese Aloe Vera Pflanzen aufgeschnitten, dieses glibberige Zeug rausgemacht. Und das ist ja nach wie vor in Reformhäusern, würde ich sagen, einer der führenden Produkte, auch so Aloe Vera Produkte. Und deswegen wollte ich mal ins Mutterland der Aloe Vera nach Sri Lanka. Also wie heißt das wirklich? Ich habe mich da vertan. Es heißt, es heißt, ja, es heißt Ayur, also Ayurveda, würde ich sagen, Ayur geschrieben. Und ich glaube, man sagt, es ist ein wunderschönes Wort, Ayurveda. Und ich hoffe aber, dass wir die Menschen jetzt so verwirrt haben, dass sie immer, wenn sie an Ayurveda denken, Aloe Vera sagen und immer wieder diesen Witz, oder? Das ist das hier gewesen. Oder andersrum. Oder andersrum. Ich habe Sonnenbrand, ich habe Ayurveda. Oder kommt da irgendein Kaltus. Was passiert dann? Also was, okay, jetzt kurz im Ernst, was passiert bei einer, also du bist, du warst auch in Katar, in Doha. Wo warst du da? Ja, genau. Langer Stau gab es da. Ich will alles wissen. Walk me through it. Weil wir haben nicht telefoniert den ganzen Januar. Du hast mir nicht erzählt, was genau passiert ist. Ich habe nur Fotos gesehen. Ich habe nur diese Insta-Stories gesehen. Fangen wir da am ersten an. Genau. Ich würde einfach gerne, dass diese Folge, dieser wunderbare Podcast, unter dem Motto, also Hashtag gesundes Jahr, dass wir uns vorgenommen haben, auch Themen zu besprechen, die vielleicht ein bisschen untypisch sind, ein bisschen wahnsinnig sind. Vielleicht Leute inspirieren auch etwas zu tun. Und deswegen würde ich gerne anfangen mit meinem Monat in Sri Lanka auf meine Ayurveda-Kur. Ist sehr praktisch, um das vorwegzunehmen, wie ein Krankenhaus kann man fast sagen. Man ist also Patient, man hat einen Doktor. Also man kommt da an und das, was davor passiert ist, erzähle ich später. Und da hast du erstmal ein Gespräch mit einem Doktor. Und mein ganz klares Ziel, und das kennst du ja auch, war abnehmen. Kilos abnehmen, Stress verringern und irgendwie einfach mal durchatmen. Ich muss sagen, ich habe es schon mal gemacht. Das ist ein paar Jahre her in Indien. Man kann sagen, Sri Lanka, Indien sind so die Mutterländer von Ayurveda, von dieser Art der Reinigung. Und dann ging es los. Und dann war ich da. Und dann wird erstmal besprochen, was man macht. Und dann wird für einen so ein Plan gemacht. Und dann sind das sehr, sehr verrückte Tage. Am Anfang ist es erstmal sehr krasse Entzug. Also richtiger Entzug. Jetzt nicht nur irgendwie feiern und saufen und so. Sondern es geht ja natürlich auch keine Kohlenhydrate, kein Zucker. Also alles, was Spaß macht, kriegt man nicht wie vegetarisches Essen. Oder fast nicht eigentlich veganes Essen. Und ich habe da natürlich sehr, sehr kleine Portionen bekommen. Also so Mini-Portionen, sehr witzig. Ich muss auch sagen, jetzt, wo der Podcast draußen ist, habe ich bei mir auf Instagram eine Story gemacht, wo man den kompletten Tagesablauf sieht, bebildert. Kann ja jeder mal gucken bei mir auf der Materia-Seite. Da sieht man, was alles so passiert, was so meine Portionsgrößen waren. Genau, dann geht man, der erste Punkt ist Akupunktur. Nee, ganz kurz. Es geht morgens um sechs los mit Yoga. Sechs Uhr, Punkt sechs Uhr Yoga. Da war ich jeden Tag. Unfassbar gut für mich. Also Yoga ist natürlich, ich bin genauso einer, der sagt, Yoga und mach Witze drüber und so. Merke aber, wie gut es mir tut, gerade Beweglichkeit runterkommen, Schuhe zu machen. Das ist alles sehr, sehr geil, wenn man Yoga macht. Wie ist dein Downward-Facing-Dog? Ist der gut? Oh Gott, nee. Ich bin auf jeden Fall, das ist eine gute Figur tatsächlich, aber ich bin nicht gut. Ich bin ein absoluter Anfänger und ich werde sehr, sehr viel korrigiert. Aber es tut mir gut, ich werde beweglicher und das ist einfach geil. Und ja, so wird sich immer Yoga. Also wer war der Yoga-Trainer oder die Yoga-Trainerin? Erst war es ein Buddhist aus Sri Lanka und dann eine türkische Yoga-Lehrerin. Und waren die streng oder waren die nett? Nö, die waren sehr nett. Das war auch alles sehr familienmäßig, weil der Laden, in dem ich war, also es durfte niemand rein und raus. Ich habe von Sri Lanka nichts gesehen, also gar nichts wegen Corona. Man war drin, auch die Angestellten, auch alle Ärzte, Therapeuten waren drin, die ganze Zeit wegen Corona, dass keiner rein und raus darf. Also das war einfach, aber es war ein schöner Ort. Deswegen hat man es schon ausgehalten. Und man will ja dann eh nicht, man kann auch nicht so viel Sport nebenbei machen, sondern man muss sich ja so ein bisschen auf sich konzentrieren. Man liest viel und so. Okay, weiter. Dann geht es los mit Akupunktur um 10.15 Uhr. Akupunktur habe ich auch noch nie gemacht. Hattest du schon mal Akupunktur? Nie in meinem ganzen Leben. Erzähl mir, wie das ist. Super. Es ist tatsächlich so, man kriegt die Nadeln an so Energiepunkten, würde ich mal so sagen. Also Akupunktur, das ist ja auch bei uns irgendwie ein großes Thema. Schwören ja auch viele Leute drauf. Du liegst nackt auf so einer Massageliege. Du hast, genau, auf einer Massageliege. Du hast halt irgendwie Schmerzen auch oder so. Oder die sehen auch, okay, du bist verspannt hier und da. Dann kriegst du natürlich so Gesichtsnadeln rein. Denn wenn du zum Beispiel jetzt speziell was hast, ich habe unterer Rücken hinten, habe ich einfach seit so drei, vier Monaten Schmerzen. Dann werden dir da 15 Nadeln rein, ins Knie, überall. Überall, wo diese wichtigen Punkte sind, wo Energie so fließen muss und alles irgendwie so funktioniert und wo irgendwas. Dann hast du auch so Punkte, die dann so höllisch wehtun. Gerade dieses kleine, so zwischen Zeigefinger und Daumen, dieses kleine, diese Bucht, diese Ausbuchtung. Da werden dann auch welche reingesteckt. Ja, und dann liegt man da. Viertelstunde, 20 Minuten, dann werden sie wieder entfernt. Und das hat mir auch sehr, sehr gut getan, muss ich ehrlich sagen. Also man hat sich danach sehr gut gefühlt einfach. Das hast du jeden Tag gemacht? Jeden Tag. Nach dem Yoga gab es immer? Jeden Tag, also einen Monat lang, also 30 Tage lang. Du musst es auch machen. Du kannst nicht einfach sagen, du gehst jetzt nicht hin oder so. Dann kriegst du auch schon Ärger mit den Ärzten. Du musst dann da auch hingehen. Gut so. Brauchen wir ja ein bisschen. Eine kleine, harte Hand, wie damals beim Bund, brauchen wir ja schon. Oder ich habe Zivildienst gemacht, du bist ja der Ex-Soldat. Ich war beim Bund, ja. Gut. Es gibt natürlich Ausnahmetage, wo man nicht hin muss, aber dazu kommen wir später. Das sind dann lustige Tage. Warte mal kurz, warte mal kurz. Hanna ruft gerade an mit der Werbung. Hallo Hanna, was kann ich für dich tun? Hello, Paul. Stichwort Schuhe. Sag mal, hast du da irgendeinen Tipp für mich? Ja, habe ich. Copenhagen Studios heißen die. Keep it simple but significant. Das sind hochwertige Sneaker und Boots für Männer und Frauen und für jedes andere Geschlecht da draußen. Die sind made in Europe, es ist keine Massenproduktion, es ist nachhaltig und tatsächlich zu jedem Outfit hast du den perfekten Schuh, zeitlos und dennoch aktuelle Styles, das alles vielseitig kombinierbar und ich habe sogar noch ein Gutzel für dich. 15 Prozent sparen mit dem Code AWFNCPH, also Copenhagen sozusagen und der ist gültig vom 8.2. bis zum 28.2. im Jahr 2022. Sehr nice, da werde ich mal vorbeischauen. Danke dir. Und für euch da draußen, alle Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Okay, tschüss Hanna, das war's mit der Werbung. So, ich werde einfach nur den ganz normalen Tag weitergehen, der dann geht man zurück, dann hat man eine halbe Stunde Zeit aus seinem Zimmer und dann kommt die Massage. Sehr, sehr gut. Erstmal eine 35-minütige Kopfmassage. Also Kopfmassagen liebe ich ja. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, ich liebe Kopfmassagen. Mag ich total. Mag ich auch, sehr. Also ich mag keine Fußmassagen. Das kriege ich nicht hin, weil ich es so lustig finde. Dass du hässliche Füße hast. Ja, das auch. Ich schäme mich. Ich habe diese Warten auf meinen großen Zehen, weißt du? Du weißt doch, welche. Wo jeder immer, und dann habe ich so einen komischen Knubbel an der Ferse, der wirklich aussieht wie ein Alien-Ding. So ganz, ganz klein. Und diese riesigen Überbeine hast du doch auch noch, ne? Genau. Und diese Hühneraugen. Ich bin jetzt kein Fußmodel, werde ich nicht mehr. Plus Size, ja. Best Ager auch. Aber Fuß, nee. Läuft nicht. Aber finde ich ja richtig, richtig gut. Du kriegst auch bei Akupunktur natürlich auch Nadeln in den Fuß gerammt. Aber das ist ja auch noch ganz... Das habe ich nie gesagt. Ich habe da nochmal... Knie und Fuß. Du kriegst eine Nadel ins Knie rein. Ja, die sind aber auch ganz klein. Die sind ganz klein einfach. Solltest du einfach mal machen. Also können sich die Leute ja auch so äußern, wie gut das ist. Genau, Massage. Dann eine Körpermassage. Vierhändig. Also ich hatte so einen Typen, der hieß Kumare. Und der war so der geilste Typ. So, der hat das so angepowert. Das hat so wehgetan und so doll. Und dann kommt sein Kumpel irgendwann dazu und dann machen die alles perfekt symmetrisch. Also so perfekt mit vier Händen wirst du dann einfach durchgeballert. Du kriegst am Ende deine Stempel so rauf, diese Hitzedruckdinger und dann gehst du raus. Dann kommst du in den Steamroom. Das ist so ein Raum. Hast du schon mal so ein Steambad gemacht? Also Sauna mit Kopf draußen. Nee. Also es ist wie ein Dampfbad. Genau, das sind so Tonnen, wo man sich so reinlegt und der Kopf aber rausguckt. Das nimmt man so ein Steambad. Und dann, wo ich auch gedacht habe, wie dumm sind wir denn eigentlich, dass wir Sauna die ganze Zeit so feiern. Weil das Einzige, was an der Sauna ja wirklich nervt, ist, wenn es so heiß ist auf meinem Kopf. Ich bin ja auch ein Sauna-Fan, aber wie geil ist denn das? Du schwitzt wie ein Schwein, aber der Kopf ist draußen und an der frischen Luft. Herrlich. Steambad. So, da kommst du nach, da geht man nochmal nach 10 Minuten. Postest du dazu bitte auch ein Foto von mir? Alles gibt es auf meiner Instagram, alle Videos und Fotos. Ad Materia mit R auf Instagram. Das wird ein Feuerwerk der Medien. Ich freue mich jetzt schon. Ja, genau. Dann gehst du raus in den Herbal Garden. Der Herbal Garden ist einfach nur so eine Liege. Dann kriegst du so Ölpäckchen. Man denkt, das ist ein bisschen unspektakulär. Ist aber auch so gut, so heiße Ölpäckchen. Dann wird das Gesicht mit Papaya eingerieben und du kriegst zwei obligatorische Gurkenscheiben auf die Augen gelegt. Gibt es auch ein sehr gutes Foto natürlich. Was ich, auch der Star dieser Reise, was ich nicht so auf dem Schirm hatte, ist die gute alte Papaya. Sehr, sehr gut. Ich liebe Papaya. Ich bin Papaya-Fan. Ich bin auch richtiger Papaya-Fan. Was sagst du zu den, sagt man Samen? Also das glitschige schwarze Zeug in der Mitte der Papaya ist ja eigentlich der wirkliche Star der Papaya. Weil die ist, das hat ganz, ganz viele Nährstoffe. Ist so ein bisschen scharf. Ist ein bisschen, man muss sich ein bisschen überwinden. Die Konsistenz ist ein bisschen schwierig. Aber es ist ultra gesund, wenn du die Samen der Papaya isst. Waren die integriert in deine Maske oder war das nur das Fleisch der Papaya? Sehr, sehr gut. Nur das Fleisch. Das Fleisch. Ich glaube, das liegt einfach an der Feuchtigkeit, die man dann braucht. Und deswegen wird man immer, man kriegt doch die ganze Zeit mehr oder weniger Papaya-Saft zum Trinken. Also wie gesagt, das ist der König. Aber das ist sehr gut. Das wusste ich nicht mit den Samen. Aber das ist ja meistens so. Vielleicht liegt es daran, dass es keine Aloe Vera-Pflanzen auf Sri Lanka gibt. Ja, das kann sein. Dass sie ausgerottet worden sind. Deswegen haben die die Papaya entdeckt für sich. Was ähnlich ist. Das kann sein. Nur eine Art Remix. Das Aloe Vera. Okay. Also ein Papaya-Mousse und ein Papaya-Saft. Das ist dann deine... Genau. Also eingerieben. Dann steht man auf und dann geht man zum Herbal-Bad. Da wird man erst mal so mit so verrückten Kräutern abgeduscht. Und dann legt man sich in so ein heißes Bad, wo dann immer praktisch das Wasser immer wieder so 20 Minuten lang über deinen Körper rüber geschüttet wird. Mit vorne, hinten, Beine, über den Kopf, über den Rücken und immer wieder so rüber. Hast du nackt dabei? Oder hast du ne Bad? Ne, man hat immer... Ich habe immer... Ich hatte zwei alte Hansa-Rostock-Boxer-Shorts mit. Man sollte nämlich ganz... Man muss ganz... Weil es ja alles voll Öl ist. Die ganze Zeit. Wie das am Ende aussah, das war schon echt eklig. Ich glaube, die haben sich auch ein bisschen geekelt nach einem Monat. Aber die sagen ja auch extra immer, alte Unterwäsche mitbringen. Die hat man so immer an. Ich glaube, das ist auch einfach kulturell... Das war auch ein buddhistisches Ayurveda-Camp eben. Und da ist man nicht nackt einfach. Und ab und zu kriegt man noch eine Powder-Massage. Und das ist dann so natürlich so was Tolles, so sandmäßig. Das kennt man ja auch. Und dann kommen wir zu diesen extrem wichtigen Sachen. Und zwar das Wichtigste bei einem Ayurveda ist das Pancha-Karma. Leute werden jetzt zusammenzucken, die das schon mal gehört haben. Aber Pancha-Karma ist praktisch die innere Reinigung des wunderbaren Paul-Ribkes. Oder Martin, Lazzinis oder wer dann jetzt auf so eine Ayurveda-Reise geht. Bisschen waschen von innen. Das bedeutet, man kriegt so einen Kräuter-Tee, was ja auch sehr geil da war, wo ich war. Ich kann das ja auch nochmal beschreiben, wo genau ich war. Das war wirklich super krass, der ganze Laden mit einem eigenen Garten, mit alles natürlich, 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 natürlich angebaut und gemacht. Und dann muss man sich sozusagen ausscheißen. Das ist so ein bisschen das Ding. Und dann geht aber alles tatsächlich raus. Und da darf man dann zwei Tage gar nichts machen, sondern eigentlich nur liegen. Und dann immer wieder warten, bis es dann weitergeht. Man hat doch zwischendurch noch Einläufe. Das war auch ziemlich lustig. Mein erster, da kamen dann so sieben, acht Leute ins Zimmer. Ich so, holen Sie doch das ganze Hotel einfach jetzt dazu. Das ist doch ein schöner Moment gerade. Und sie, ich weiß nicht, kamen nicht so richtig auf diese Art und Weise. Klar, meint er das jetzt ernst? Ich so, holen Sie doch noch von oben, die Nachbarin. Die ist doch auch ganz nett. Kann doch auch zugucken. Ich meine, wirklich ein Moment, wo du dich so einfach erniedrigst auf einem Bett auf die Seite legen musst und dann halt einfach ein Schlauch in deinen Arsch geschoben wird, wo dann so Öl reinläuft. Ist aber tatsächlich sehr, sehr wichtig. Also super wichtig. Und die zweite große Sache ist das Shirodara. Shirodara ist das Allerkrasseste. Das ist wirklich mein, also ich funktioniere ja so, dass ich immer glaube, dass ich tatsächlich lange lebe, obwohl viele sagen würden, das kann nicht sein, ich werde sehr lange leben, genau wegen solchen Dingen. Shirodara ist so das Gesündeste, was es gibt. Auf der Welt. Man kann sich da ja belesen, es ist tatsächlich das Gesündeste, was man auf der Welt machen kann. Du kriegst so Öle über den Kopf gegossen, über eine halbe Stunde. Das ist halt eine tausende Jahre alte Tradition. Das ist, und dann musst du so eine Art Mütze tragen und dann die Öle, die fressen sich praktisch in dein Gehirn so rein. Und deine Haare, also meine Haare sind, keine Ahnung, doppelt so dick, also Leute, die Probleme mit den Haaren haben. Für die ist das das Allerkrasseste, zum Beispiel auch Haarwuchs, graue Haare, dann Krebs gegen die krassesten Verspannungen im Kopf. Du bist danach, du fühlst dich wie ein Baby. Das ist so heftig. Es gibt dann auch so eine Augenreinigung, das macht man dann danach. Da kriegt man so Öl durch die Nase für die Augen. Die ganzen Gifte aus den Augen kommen. Ja, gerade Leute, die in Städten wohnen, sammeln mega viel Gift in den Augen. Und das wird alles halt gereinigt. Du wirst halt gereinigt. Ja, du wirst halt gereinigt. Du investierst in deine Gesundheit, in deinen Körper. Und das ist wirklich, das geht auch über zwei Tage. Da darfst du auch nur ganz gewisse Sachen essen bei Shirodara. Nur eigentlich so eine grüne Suppe, ganz wenig. Und das ist aber so befreiend, das ist so, das fand ich, das war der Star. Dieses Shirodara war der Star von dieser ganzen. Neben der Papaya. Neben der Papaya. Shirodara und Papaya. Und ja, was soll man sagen? Es war unfassbar toll. Ich glaube, viele haben so ein bisschen denken, ah okay, krass, das ist vielleicht sehr teuer und so. Da würde ich auch gerne mit aufräumen. Es gibt natürlich Ayurveda von bis. Ich war mal in Indien, habe ich ja schon erzählt, schon mal, da war es sehr, sehr teuer. Für zwei Personen waren das, glaube ich, wirklich so 14.000, 15.000 Euro oder so. Und jetzt war das echt okay. Also es hat für einen Monat dreieinhalb bis viertausend ungefähr gekostet. Das heißt pro Woche ungefähr ein Tausender, was auch, glaube ich, normal ist bei einem Malle-Urlaub. Das Ding ist einfach, du investierst einfach in deine Gesundheit. Und da habe ich mit einer Frau geredet, die das seit 25 Jahren macht, etwas älter, 65 Jahre. Die macht das jedes Jahr drei Monate und sie sagt, das ist aber auch ganz schön teuer dann. Sie so, nee, das ist nicht teuer, das ist ja meine Gesundheit. Und darüber habe ich sehr viel nachgedacht. Das stimmt. Es stimmt einfach. Also für was man sonst so Geld ausgibt und wie geil es natürlich ist, wenn man sich sagt oder wenn man so ein Problem hat, auch mit so Vorsätzen, was ja so ein bisschen auch so Motto unserer Sendung ist, wenn man das nicht so richtig hinkriegt, ist das irgendwie total geil zu sagen, ey, pass auf, Januar, wenn ich mir das irgendwie erlauben kann oder so und jetzt irgendwie nicht zwei Kinder zu Hause habe, dann geht das natürlich nicht. Also Kleinkinder, sondern einfach so auf den Körper zu hören und in dieser Situation ist, dann kann ich jedem empfehlen, nach Sri Lanka, nach Indien zu gehen und eine Ayurveda-Kur zu machen. Ich habe es jetzt zwei Jahre gemacht und ich finde es, ich bin jetzt so, dass ich es wahrscheinlich jedes Jahr machen werde, weil das einfach mir so gut tut. Ich habe es so unfassbar abgenommen. Ich habe jetzt acht Kilo abgenommen. Das ging nicht so leicht. Ja, ich sehe aus wie früher. Ich bin total fresh, bin total glücklich, ausgeglichen. und ich war noch nicht mal, also ich habe dann auch noch gewonnen, da wurde doch geklatscht, weil ich der aus dem ganzen Ayurveda mit den meisten abgenommenen Kilos war. Gab es einen Medaille und einen Pokal? Nö, sie hat sich einfach nur sehr gefreut. Der erste Weg morgens vorm Yoga ist ja der Weg zur Waage. Und das ist natürlich immer, da hofft man immer, das geht auch nicht so schnell, wie man denkt, das habe ich nämlich auch rausgefunden, dass wenn man im Juni oder Juli Ayurveda macht, hätte man vier, fünf Kilo mehr abgenommen. Weil europäische Körper, also im Januar, nicht so schnell Fett verbrennen. Krass, wusste ich, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Weil quasi wir in so einer Art Winterschlaf sind und unsere Fettreserven behalten wollen. Irgendwas muss das damit zu tun haben, ja. Und dann dauert das einfach, glaube ich, dass das dann so anspringt. Ich muss auch sagen, ich habe dann die letzten zwei Wochen, also die Hälfte der Zeit, habe ich auch morgens nach dem Joggen, nach dem Yoga bin ich dann laufen gegangen. Das waren immer so 25 Minuten und noch schwimmen gegangen, fünf Viertelstunde und ein paar Push-Ups und so gemacht. Das soll man eigentlich nicht machen, weil man eigentlich den Körper ruht. Und es geht jetzt nicht um dieses, man macht ihn ja gesund und es geht nicht nur um dieses Abnehmen und so. Das habe ich dann aber gemacht, das hat mir auch sehr, sehr gut getan. Und ja, das war mein Monat in Sri Lanka. Und ich kann das ja auch in die Beschreibung nochmal reingeben, wie der Laden heißt. Ich kann das jedem empfehlen, der irgendwie Lust darauf hat. Und komischerweise begegnen mir diese Worte Ayurveda öfter, immer öfter. Also die Leute haben das irgendwie auf dem Schirm. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wahrscheinlich in Newport Beach ist es ähnlich, kann ich mir vorstellen. Wird es wahrscheinlich auch so ayurvedische Anlagen geben, oder? Also zumindest, nee, noch nie gesehen. Also ich glaube tatsächlich, dass das, ich würde behaupten, dass der Amerikaner dafür nicht interessiert genug ist. Das ist zu weit weg für den, weißt du? Wenn es eine mexikanische Kultur wäre, dann würden sie es verstehen. Aber, also in San Francisco ist es bestimmt groß, wo ja viel so hippie-inspirierte, auch ein bisschen liberalere Leute wohnen und offenere Leute wohnen. Aber schon in L.A. ist es ja ... Also du meinst jetzt so in Newport Beach, wo alle so 37 Waffen haben und Republikaner sind, da ist das nicht so das Ding. Oder wie? Ich war ein SWAT-Team. Letzte Woche fahre ich meine Kinder zur Schule, dann stehen da so Panzer, so richtige Panzer. Und dann habe ich auf TMZ verfolgt, was da passiert ist. Da hat von, das ist eine Abkürzung, die ich mich immer, jetzt habe ich zum ersten Mal verstanden, was diese Abkürzung ist. Das ist R-H-O-C oder R-H-B-H oder R-H-A, wo ich so, was ist das immer? Weil jeder benutzt es so, R-H-O-C und so weiter. Und das ist Real Housewives of Beverly Hills oder Real Housewives of Orange County. Das sind quasi die, da gibt es überall Abteilungen. Und eine der Real Housewives of Orange County wohnt direkt an dem Weg zur Schule, weißt du? Ich habe Rosi und Tate zur Schule gebracht und bin an diesem Strandweg entlang gefahren. Und da hat sich der Ex-Freund mit einer Waffe verschanzt. Er hat quasi, wollte es da rein, dann ist sie aber raus, sie war draußen. Und da gibt es saubere Footage auch. Und dann standen da so richtige SWAT-Panzer. Und also bei mir hat es als allererstes getriggert, oh geil, ein Film, hier wird was gedreht. Hier wird was. Und dann habe ich aber gecheckt, warte mal kurz. Also da gab es keinen Aufnahmeleiter, da gab es niemanden mit so einem komischen Headset drumherum, keine Pylonen, die das abgesperrt haben. Und wir waren alle viel zu nah da dran, weißt du? Das war wirklich. Also und dann habe ich danach gesehen, war ein echter SWAT-Einsatz. Ja, natürlich sind nach wie vor, nach wie vor frage ich ja Leute vor Playdates. Wie ist es ausgegangen? Weißt du das? Alles gut, der ist einfach rausgekommen irgendwann. Die haben dann, also keine Leute erschossen worden. Wir fragen ja nach wie vor bei Playdates, ob Waffen im Haus sind. Und wenn die Ja sagen, dann sagen wir die Playdates ab. Also von den Kids. Das ist gang und gäbe, dass hier ein, zwei AK-47s in der Gegend. Und da bin ich nicht, dass es noch welche gibt, die keine haben. Also ich war ja auch neulich mal in Louisiana. Das ist ja tiefstes Redneck-Gebiet. Also unter 20 Waffen gab es einfach nicht. Es gab es nicht, muss man ehrlich sagen. Kennst du diese Fotos von dieser geilen Fotografin, wo diese geile Porträts mit allen Waffen, die die besitzen immer. Die ist durch Amerika gefahren und dann liegen die so ganz grafisch, liegen die ganzen Waffen da drin. Ich packe die mal in Post von Paul. Das ist mein Newsletter. Hast du den schon abonniert? Post von Paul? Ja, natürlich. Und da packe ich immer so Links rein. Da kann ich auch, das ist wirklich, das macht richtig Bock. Das ist eins der Sachen, die ultra Bock bringen, Post von Paul. Weil da setze ich mir mal hin. Ich schreibe ja auch ganz gerne und suche so ein paar Sachen raus und entdecke so ein paar Sachen. Das ist auf jeden Fall. Das ist doch schön. Du schreibst gerne und ich habe jetzt wieder angefangen zu lesen. Das ist auch toll gewesen. Also ich habe einfach mal lesen. Jetzt wird deine Augen wieder funktionieren. Also die Augen entgiftet sind. Die Karotte oder das, wie hieß das nochmal? Das Augenentgiften. Da brauche ich nochmal den Fachbegriff. Das Augenentgiften, das habe ich leider tatsächlich nicht, weiß ich nicht. Das muss ich rausfinden. Da gibt es natürlich auch einen Namen für. Aber es ist stark, dass du, hast du eine Liste gemacht oder was? Also weil es wirkt so, als ob du richtig dir vorgenommen hast, ich schreibe jetzt die Begriffe auf und ich möchte hier einen Mehrwert meinem Freund Paul bieten und ihm wirklich sauber erklären, was da so passiert ist in Sri Lanka. Ja, das finde ich, das ist ein großes Lob. Aber es geht ja auch darum, dass ich ja auch möchte, dass wir, wenn wir etwas machen, besprechen, dass wir besondere Dinge besprechen und ich mir natürlich die Sachen merken muss. Und ich habe mir so einen Notizenordner gemacht, Podcast mit Paul und dann, was steht da unter, Post für Paul, Newsletter löschen? Achso, oh, sorry, das wollte ich gar nicht. Und nein, und dann habe ich mir so aufgeschrieben, dann natürlich, damit man darüber bespricht und vielleicht die Leute inspiriert, sowas mal zu machen oder sich dafür irgendwie, wenn jemand, weil ich kenne das ja, ich kann ja nur davon ausgehen, was ich kenne und ich habe mich einfach, und das ist ja das Wichtigste, dass ich jetzt hier nicht in Ökohausen bin, sondern ich habe einfach zwei Jahre lang mehr oder weniger gesoffen. Und mich scheiße ernährt und also durch Corona und durch den ganzen Bums natürlich die Konzerte ausgefallen. Für was? Man war ja so da, man hat hier einfach nur, also ich habe wirklich so viel gewogen wie noch nie. Ich habe 102,8 Kilo gewogen, ich war ja auch davor noch nie über 100, ich war immer so bei 99 oder sowas und ich bin bei 1,87, 1,88 bin ich ungefähr, da ist das einfach zu viel, viel zu viel und das war auch nicht mehr geil einfach. Ich habe natürlich auch so ein obligatorisches Vorher-Nachher-Foto gemacht und das ist einfach richtig krass. Wenn man dann jetzt, dann habe ich so 95 gewogen, jetzt würde ich so noch zwei, drei Kilo gern abnehmen und dann geht bei mir die Muskelphase los, einfach fit zu werden und zu trainieren. Und das fand ich aber sehr, sehr schön, dass man einfach auch mal Bücher lesen kann. Und da habe ich meine vier Bücher gehabt, die habe ich alle gelesen und da freut man sich aufs Lesen und ich habe auch Texte geschrieben. Man ist total kreativ und ich finde das halt ein wichtiges Ding, weil ich glaube, viele Leute haben Bock auf sowas oder viele Leute haben Bock, irgendwie mal einen Anker zu finden, wo sie einfach mal auf sich hören und irgendwas machen, was sie irgendwie inspiriert, wo sie einfach selber mal durchatmen können. Und dafür muss ich sagen, ich hätte jetzt gerne zum Beispiel noch eine Woche länger gehabt, weil man braucht ein bisschen, um reinzukommen auch und das alles zu akzeptieren, auch körperlich. Das heißt jetzt aber nicht bei mir, dass man nicht auch mal durchdrehen kann und dieses Jahr nicht auch einfach mal wieder verrückte Tage passieren, wo man wirklich die gesunden Vorsätze nicht hat. Ich tue mich da immer ein bisschen schwer, dann zu sagen, ja okay, das ist jetzt tausend Prozent nur so und nur so und das. Aber ich finde das irgendwie vielleicht ein schöner, inspirierender Punkt, damit vielleicht in das Jahr zu starten. Aber du, mein lieber Paul, ich will auch gar nicht so viel quatschen, hast ja auch inspirierende Punkte. Wie hast du denn dein Hashtag-Gesundes-Jahr begonnen? Mit wie vielen Kilos hast du abgenommen? Hast du was abgenommen? Im Januar? Ich habe nur irgendwie einen Insta-Story mit einem Pizza-Ofen gesehen, da war ich so, fuck. Den habe ich dir bestellt, der ist bei dir zu Hause, müsste der vor der Tür stehen. Du warst aber noch nicht zu Hause. Wow, nee, ich bin auch bis Ende März nicht zu Hause. Ich habe dir einen Pizza-Ofen bestellt, bezahlt von meinem eigenen Geld, nur damit das klar ist, das ist ein echtes Geschenk. Weil Geschenke sind nur echt, wenn man die auch bezahlt, finde ich. Oder wenn man sie bastelt. Oder wenn man sie bastelt, herstellt oder bezahlt. Vielen Dank. Damit wir das gemeinsam machen, ich kümmere mich eh dieses Jahr so ein bisschen um deine Outdoor-Koch-Skills. Das wäre schön. Vorgenommen, dass ich im Jahr 2022, weil du bist ja ein echt guter Koch eigentlich, aber dir fehlen noch die Gadgets dazu. Wir werden ein paar Gadgets. Vielleicht schaffe ich es jeden Monat, dir ein Gadget zu schicken. Ja, da bist du tatsächlich sehr weit voraus. Also normal hast du mich bei all den Dingen deines Lebens oft mitgezogen oder mich daran teilhaben lassen. Aber ich meine, das ging ja schon los, bevor wir uns bei Metro irgendwie die Hummerschwänze geholt haben und die auf dem Hausboot gemacht haben. Aber bei diesen ganzen Geräten hast du mich irgendwann vergessen, was okay ist, weil da gab es natürlich, ey, mir sind einfach diese ganzen Hobby-Griller nerven mich halt auch, muss ich ehrlich sagen. Aber ich selber wäre schon gerne einer und die anderen halt nur nicht. Und da gibt es anscheinend sehr gute Geräte, oder? Ja, also generell, du hast doch irgendwas, irgendwas war auf Insta, was für eine Kampagne war das nochmal mit den Geräten? Kampagne ist so ein beschissenes Wort. Gerät des Jahres. Du hast doch das Gerät des Jahres. Da habe ich so gelacht, als du die gepostet hast. Was ist das Gerät des Jahres geworden? Also so Sachen wie die Nudeltrocknen-Maschine? Die hat gewonnen. Ah, die haben gewonnen, okay. Also mein Persönliches ist ja wirklich, mein Persönliches ist ja dieses Bockwurstgerät an Tankstellen, wo die einfach drin warm bleiben. Also dass es so aussieht, wo die so drehen und wie sie da drinstehen. Ah nee, die Knacke haben wir nicht mehr. Dann bist du da noch so zwei so traurige, traurige Bockwürste. Was ist ihr Beruf? Ich habe das Bockwurst-Drehgerät erfunden. Boah, ich habe, weißt du, wenn ich hier, ich war hier grillen, bei mir in der Nachbarschaft. Und dann waren wir bei den Nachbarn und der, das war so ein normaler Mann. Und da habe ich gesagt, hey, und was ist so dein Beruf? Und er so, ah, I'm retired. Und dann war ich so, oh, ja, okay. Und der war so mein Alter und warum bist du jetzt so früh? Was hast du denn gemacht davor? Und dann hat er gesagt, na, ich war einer der Transformer-Schauspieler. Und dann war der als Kind, das waren alles Kinder, aber so, und auch nur bis 20, und musste nie wieder arbeiten. Der hat so viel Geld. Und niemand weiß, wie der aussieht, weil der ja immer ein Transformer-Outfit anhat. Aber der war eine der Transformer-Figuren. Ich meine, wie cool kann man sich denn vorstellen? Ich meine, wie viel Geld? Verstehe ich auch. Aber, also, vielleicht sind es Lizenzen oder sowas. Vielleicht kriegt der einfach von jedem Gerät, was so gebaut wird, weißt du, von jedem Spielzeug kriegt der so 18 Cent oder sowas. Könnt ihr mich auch vorstellen? Also, ich finde, sehr beeindruckende Geschichte. Ich fand ja Transformers auch gut. Ich hatte auch welche tatsächlich früher. Also, meine eigenen Transformer. Ich null. Aber mein Sohn hat sehr viele Transformer. Du kennst ja auch Mila Superstar nicht oder Kikas oder Subasa Ozora nicht. Entschuldigung, tut mir leid. Ich habe noch einen Parenting-Tipp für dich. Ich habe letzte Woche, also ich habe mit meinem vierjährigen Söhnen sehr viel Höhle bauen gespielt in letzter Zeit. Und dann bauen wir morgens so Höhlen und verstecken uns. Und dann haben wir immer so, das ist ein Riesenthema, das Dinos gerade und T-Rex. Und der T-Rex ist draußen und wir müssen uns verstecken vor dem. Und der kommt dann gleich und was auch immer. Und dann spielen wir damit und dann bringt er ganz viel Zeug in diese Höhle. Und dann ist er so von Figuren über was auch immer. Und wir haben so eine Dreiviertelstunde gespielt. Und dann musste er irgendwann aufs Klo. Und dann ist er aufs Klo gegangen und saß auf dem Klo. Und während er auf dem Klo war, habe ich auf Spotify so eine Playlist T-Rex Sounds gefunden. Und ich habe ja so Lautsprecher im ganzen Haus. Vor mir hat da irgendjemand gewohnt, der einen Lautsprecher-Fable hatte. Man kann überall Musik anmachen. Also selbst auf dem Dach und so weiter. Und dann habe ich so nacheinander erst auf dem Dach ultra laut so T-Rex Sounds gemacht. Dann in die Küche, dann ins Wohnzimmer und dann so langsam in den Raum, in dem wir waren, bei uns im Schlafzimmer. Und ich sage mal so, das war echt laut. Laut, aber es war wirklich ein absolutes Nummer eins 3D-Hörerlebnis. Ultra laut im ganzen Haus am Ende hat dann der T-Rex immer geschrien. Also ich habe auch Angst gekriegt ein bisschen mit so Tritten, die dann so kamen und so weiter. Und da war ich sehr stolz auf mich. Das heißt, falls du mal Dinosaurier verstecken, das ist mein Dad-of-the-year-Parenting-Tipp, den ich dir geben will. Wow, also das klingt top. Freut sich dein Sohn bestimmt auf Weihnachten, wenn dann der Weihnachtsmann mit seinen Rentierschlütten landet. Und wird wahrscheinlich das nächste große Highlight. Und erst mal geweint, bevor es den Lego-Kasten gibt. Muss man sich auch verdienen. Da kommt ja der Weihnachtsmann. Gut, aber. Ja, nein, ich bin auch total, also um kurz deine Eingangsfrage zu beantworten, ich bin total offen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe mir so ganz viele Sachen vorgenommen, von Sport über Kultur über was auch immer. Ich habe ein neues Klavierstück gelernt. Ich habe tatsächlich mich sehr intensiv mit Essen, also Ernährung auseinandergesetzt und auch mit Mindset und sowas. Also auch mit Sport, also Bewegung, Ernährung, Schlaf, all sowas habe ich gemacht. Unter anderem natürlich auch durch meinen sensationellen Partner WW, die früher mal Weight Watchers hießen und mir dabei helfen, genau das hinzubekommen, dass ich mein ganzes Jahr so bleibe, wie ich bin. Du darfst, du darfst. Du darfst. Gibt es das noch? Ich will so bleiben, wie ich. Natürlich gibt es, du darfst noch. Habe ich halt überlegt. Doch, gibt es noch. Gibt es Slim Fast noch? Nee, glaube ich. Slim Shady gibt es noch, aber. Slim Shady spielt jetzt Superball. Football müssen wir auch gleich reden. Ein riesen, oh Gott, wie geil das gerade ist. Ich will jetzt erstmal erzählen, ja, also ich habe sauviel Sport gemacht, ich bin viel Fahrrad gefahren, ich glaube 400 Kilometer Rad im Januar. Ich war sehr viel schwimmen, ich habe Schwimmen für mich entdeckt und bin zwölf Kilometer geschwommen im Januar und ein bisschen gelaufen, das ist nicht so viel, weil ich noch zu dick dafür bin. Das habe ich gesehen, da hast du den Triathlon durchs Laufen nicht beenden können, ne? War aber auch kein Triathlon, es waren drei Sporteinheiten. Ja, aber es ist ja sowas. War quasi morgens schwimmen, mittags Fahrrad fahren und abends laufen. Ja, alte Männer Triathlon halt. Genau. Und da hat es dann wehgetan, das habe ich nicht weitergemacht, aber ich habe auch Intervallfasten gemacht. Ich habe 16,8, also 16 Stunden nichts essen, acht Stunden was essen und manchmal auch dann zwei Stunden nur was essen und so weiter. Also da habe ich auch mich sehr dran gehalten und sehr, sehr clean gegessen. Also nur einmal in der Woche Fleisch, nur einmal in der Woche Alkohol. Das habe ich tatsächlich hingekriegt im Januar und habe dabei neuneinhalb Kilo abgenommen, weil ich halt ja auch mit 120 anfange und bin jetzt bei 111 oder sowas. Jetzt schauen wir mal, wie das so weitergeht, aber ich kann es sehr nachvollziehen, was du da gerade erzählt hast, dass man sich einfach viel, viel besser fühlt und dass natürlich die Energie besser ist. Und ich finde vor allem so die Launen und die Konzentration und die, also ich bin natürlich schon auch, also für mich ist jetzt dieses Jahr 2022 echt ziemlich spielentscheidend, weil neben dem Podcast, neben der Vermarktung, die ich so ein bisschen anfange, entweder klappt es jetzt oder ich bin halt, ich muss halt was anderes machen. Weißt du? Und dementsprechend merke ich auch, dass mir der klare Kopf morgens erheblich hilft. Und zum Beispiel, also jetzt zum Beispiel in dieser Sekunde nehmen wir ja um drei Uhr morgens auf, weil… Klingt sehr, sehr aufgewacht und aufgeräumt dafür, dass es bei dir so früh ist. Ja, ich habe mich aber unter anderem durch den Schlaf, ich gehe immer um acht Uhr ins Bett, also nachdem mein Sohn ins Bett geht, gehe ich sofort danach auch ins Bett und dann bin ich immer um vier Uhr wach oder sowas. Und wenn du halt mittags, also ich esse auch nichts mehr zu Abend, ich skippe das Abend, ich mache Frühstück und Mittag und jetzt habe ich die letzten fünf, sechs Tage, habe ich mir wirklich angewöhnt, immer um sechs ins Bett zu gehen, um eben auf diesen nächtlichen, um nachts aufnehmen zu können und das hat total gut geklappt. Das ist total absurd, wie gut du Schlaf variieren kannst und klar war jetzt der, das war ein bisschen wie auf so einer Skifreizeit heute Morgen, also so um drei Uhr aufstehen und um zwei Uhr 45 hat der Wecker geklingelt und ich war so, oh Gott, aber nach dem ersten Kaffee war das dann schon okay. Aber Kaffee trinkst du noch, schön. Ja, Kaffee trinke ich noch, Espresso trinke ich noch und das also läuft alles hervorragend und bringt mega Bock und du hättest auch, also eigentlich musst du demnächst nochmal rumkommen, weil du ja so den Temple of Bliss, wie wir ihn nennen, du hast ja die Sauna, das Eisbad, den Jacuzzi, den Massagestuhl und die Dings noch nicht richtig gesehen und das ist schon auch ein ganz gutes, also es kann nicht mit Ayurveda-Kuren mithalten, aber die Ripkey-Kur in Kalifornien ist schon, da lade ich dich natürlich herzlich ein, dass du mal zehn Tage hier auch nochmal entschlackst und das ist natürlich, dadurch ist halt der Ort hier auch so Wahnsinn, weil es so geiles Wetter ist und draußen und Luftfeuchtigkeit hoch und alles so, also es ist schon echt crazy, wie glücklich ich in diesem Januar hier bin, nachdem ich ja ein bisschen gestrandet war und nicht so glücklich war in Deutschland am Ende. Ja, aber ich kann, ja, aber das ist natürlich sehr lieb, aber ich will jetzt auch nicht überall hingehen und irgendwie, ich will doch irgendwie mal wieder saufen und Spaß haben, also können wir nicht dieses, wie heißt dieses, wie heißt dieses, was wir damals da bei dir gespielt haben, dieses nicht Squash, sondern was da so rum, das fand ich sehr gut. Wie hieß dieses Spiel, was man da mitten auf der Straße spielt, ist doch schon so Squash, ne? Paddle heißt es eigentlich, also das ist doch kein Paddell, das war doch so, das, was wir da, Entschuldigen Sie bitte. Sorry, das ist Paddell, das ist ein spanischer Sport, oder nicht? Dachte ich. Perfüms. 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 Paddell. Paddell. Ja, nein, wie haben wir es denn gespielt? Mit Tennisschlägern, oder nicht? Mit Tennisschlägern. Ja, aber sowas, ich glaube, man muss einfach so, also ich habe mir jetzt auch vorgenommen, natürlich, wir werden ja auch noch weitere tolle Themen haben in weiteren Folgen. Genau, nächste ist Saufen. Saufen, 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 Saufen. Bier, was ist dein Lieblingsbier? Sag mal. Dann gehe ich so in Berlin in dieses, es gibt auch so Läden, so alle Biere der Welt mit so schlechten Namen, wo dann so Leute, die dann einfach so leere Bierflaschen sammeln und die dann so irgendwo hinstellen, was natürlich auch irgendwie geil ist und dann redet man, ja, das finde ich ganz gut und das, das finde ich auch ganz gut. Gut, ich bin zu so einem, also ich bin Fahrradfahren gewesen letzte Woche und da hat mein Fahrradfahrkompagnon gesagt, oh, ich gucke mal, hier wohnt einer meiner reichsten Freunde und da habe ich gesagt, was, ja, also die Frau arbeitet mit ihm und der Ehemann dazu, den kennt er halt durch die Frau so und da können wir mal klingeln, vielleicht haben die ein Espresso. Und dann sind wir da rein und das war, also das war, wenn du da mitgekommen wärst, das war also die Tatsache, dass ja, ich sage mal, Amerikaner ein bisschen offener sind in dem Teilen ihres Einkommens oder auch ihres Wohlstandes oder was so da ist. Der hat innerhalb der ersten dreieinhalb Minuten mir seine Autos gezeigt, wo so Ferraris für 1,4 Millionen in der Garage standen und war so sofort so, hier, guck mal, den habe ich für 1,4 gekauft und der ist jetzt schon 1,8 wert, drei Wochen später. Und da, guck mal, den anderen, den habe ich für 600.000 gekauft und der ist für eine Million wert. Und auf dem Weg zur Garage war nämlich sein Wohnzimmertisch. Und auf dem Wohnzimmertisch standen ungelogen, ich glaube, 90 Flaschen leere Flaschen Wein. Und ich habe mir, das sah aus wie bei so einem Penner, weißt du, also wie beim Messie, wo so das Altglas nicht weggebracht hat. Und dann habe ich so gesagt, oh, that's a lot of wine. Und dann hat er so aber die Flaschen immer so in die Hand genommen und hat gesagt, hier, guck mal, der 31er, 81er Petrus und der da und was auch immer. Der hat so 800 Dollar Bottle und hat immer einen Preis auch an jede Flasche. Und dann wurde mir klar, der lässt sie nicht stehen, weil er zu faul ist, zum Altglas zu gehen, sondern er lässt sie stehen, um seinen Gästen zeigen zu können, was für tollen Wein er schon getrunken hat. Das ist total absurd. Und da stand ich wirklich... Das klingt so angenehm, da war ich wirklich gern dabei gewesen. So was Schönes würde ich gern mal selber erleben. Hast du nicht gesagt, sag mal, hakt's bei dir? Konnte ich nicht. Ich war fassungslos einfach. Also ich habe meinem Kumpel schon aufgesetzt. Aber in Amerika sind auch viele Dinge einfach erlaubt, finde ich. Also das muss ich auch ehrlich sagen. Ich fand ja zum Beispiel auch in den Südstaaten, wenn man sich da nicht so ein bisschen anpasst, hat man auch einfach keinen Spaß. Ich war halt auf einem verrückten Angeltrip, also was so für einen Angler ziemlich krass, so einer der tollsten Orte der Welt ist, so am Munde des Mississippis sozusagen, zu angeln. Der Mississippi, zwischen all den Schrimmkuttern, Forrest Gump, also das ist so diese ganzen Gumbos und Jambalaya, New Orleans, dieses ganze Gefühl da unten ist ja wirklich ein sehr spezielles, wo ich auch vorher noch nicht war. Aber es ist einfach aber nicht geil, wenn man da hinkommt und auf einmal eine politische Diskussion zwischen Trump und Biden anfängt. Es macht einfach keinen Spaß. Man muss einfach die Knarre in die Hand nehmen, einmal in die Luft schießen und Chicken Wings essen. Sonst hat man einfach, sonst hat man da einfach keinen Spaß. Und im Endeffekt sind sie dann halt auch irgendwie dann, irgendwie ist es ja auch geil. Also ich finde es auch irgendwie geil, weil da habe ich dann zum Beispiel auch was krasses, weil wir noch mal bei den Waffen sind, wo ich dann auch viel drüber nachgedacht habe. Also wir kommen da ja mit unseren europäischen, ich meine du bist jetzt ja auch Halb-Ami, aber so mit den Meinungen und nicht Waffen, natürlich ist das immer scheiße mit den Waffen. Deutschland braucht da aber gar nicht seinen Mund so krass aufmachen, weil Deutschland so heftig weit vorne ist, was Waffen angeht, was auch privater Waffenbesitz angeht. Nee, auch Besitz tatsächlich. Also Schützenvereine organisieren mehr oder weniger komplette ländliche Gegend neben der freiwilligen Feuerwehr, natürlich. Es ist einfach, sagen sie halt auch, es gibt hier keine Einbrüche, weil natürlich alle 20 Waffen haben. Und dann hat er auch was Schlaues gesagt. Einer von den Rednecks, Rednecks heißt ja nicht immer, dass es dumme Menschen sind. Also du hast ja dieselben Rednecks in Florida, die haben bloß irgendwie so noch einen krasseren Latino-Bezug durch natürlich Miami. Hast du jetzt in Louisiana nicht ganz so doll, obwohl es das auch gibt. Aber sie sagen ja auch, ey, die Bösen haben immer eine Knarre. Und da musste ich dann so drüber nachdenken, komischerweise. Das ist das Hauptargument von denen. Nein, das ist ja ein Argument. Nein, aber das ist ja ein krasses Argument. Also es bricht ja niemand in Louisiana ein, wenn du weißt, da wohnt ein Typ mit 25 Waffen. Aber alle Statistiken sind völlig klar, dass natürlich eine Eskalation, wenn beide eine Waffe haben oder nur einer eine Waffe hat, egal ob es der gute oder der bad guy ist, natürlich sterben viel, viel mehr Leute, wenn beide eine Waffe haben. Als wenn nur einer eine Waffe hat, weil die ja nicht automatisch benutzt wird. Ja, na klar, aber das Reihenversetzen in, ich wohne jetzt in Louisiana und bin der Einzige ohne eine Waffe, das ist halt einfach, glaube ich, es ist einfach der Teufelskreis. Du bist da einfach drin. Das ist doch wie mit dieser Dave Chappelle-Geschichte. Dave Chappelle immer tierisch gegen Waffen. Und dann stand aber mal jemand in seinem Garten. So irgendwann. Dann hat er doch, glaube ich, weiß ich nicht, hat so getan mit einem Staubsauger am Fenster, als wenn er eine Knarre hat oder so. Und das ist, also es ist, ich bin da sehr glücklich, dass ich so nicht lebe. Ich fand das auch immer natürlich, ich finde das auch sehr, ich mag auch diese ganzen riesigen Mauern und Stacheldrahten nicht, so wie das jetzt auch in, dieser Vibe in Südafrika oder so, der mich wirklich wahnsinnig macht. An Amerika hat man das ja nicht, aber es ist schon einfach, boah, die Leute lieben das einfach. Ich glaube, die sind einfach, du kriegst das nicht einfach, du kannst das nicht wegkriegen. Das ist mir bewusst geworden. Du kannst da nicht sagen, pass auf, Waffen sind da jetzt illegal. Das funktioniert da einfach nicht, sagen wir es mal so. Genau, aber trotzdem gibt es statistisch keine zwei Meinungen, dass natürlich die Waffenverbreitung erheblich höher ist in Amerika und deswegen die Todesopfer durch Waffen erheblich höher sind in Amerika. Über 20.000 im Jahr. Als über, anders, und das sind, keine Ahnung, es sind 400.000 im Jahr. Ja, das ist völlig wahnsinnig. Aber wir Deutschen, und das ist mir letztens aufgefallen, habe ich irgendwo gelesen, dass da tatsächlich, wir haben ja genau das Gleiche wie die Amerikaner mit den Waffen. Also das ist ja nicht mehr faktisch erklärbar und es ist ja irgendwas in Intuition und Kultur oder was auch immer du dazu sagen willst. Und genau das Gleiche haben wir Deutschen, deswegen können wir auch mal die Fresse halten, nämlich mit Tempolimit. Und es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass man auf unseren Straßen so schnell fahren kann, wie man will. Das lasse ich mir nicht nehmen. Und es ist völlig unbestritten, dass es 10.000 Todesopfer dadurch gibt. Trotzdem sagen wir Deutschen, wir Autobauernationen weltweit, hier, German Engineering, wir brauchen auf gar keinen Fall eine Beschränkung und das geht auf gar keinen Fall. Was überhaupt gar keinen Sinn macht. Und wenn irgendjemand auch nur irgendwie nachdenken würde, natürlich ein Tempolimit das einzig Richtige wäre. Und das einzig Vernünftige wäre. Also, es wäre ein super guter Vergleich, wie ich finde, das passt. Ich glaube aber, das wäre so perfekt für die Schweiz, dieses Thema. In der Schweiz darf man ja leider nur 80 oder so fahren, aber natürlich durch die ganzen Berge. Aber das ist halt ein Volksentscheid, ganz klar. Und ich glaube, das ist eine ganz klare Sache, die nicht so easy ausgehen würde pro. Also, es gibt die ganzen, die natürlich sich das Autofahren nicht verbieten lassen. Ich habe ja selber das Gefühl, also, ich bin da selber sehr gespalten, wo ich denke, ja, es reicht ja irgendwie, aber eigentlich habe ich auch schon mal Bock. Was natürlich dumm ist, aber Dummheit gehört ja auch zu uns Menschen dazu. Das ist ja auch ein wichtiger, schöner Teil. Sonst würde ja vieles keinen Spaß machen. Ich würde selber nicht wissen, aber ich würde schon sagen, dass es wahrscheinlich eine totale 50-50 ist, so vom Gefühl her. Ich glaube jetzt nicht, dass 70 Prozent der Deutschen sagen würden, yes, okay, das muss jetzt unbedingt bleiben oder so. Also, wie siehst du das? Es ist, glaube ich, eine schwierige Entscheidung, aber es wäre so eine Volksentscheidung. Aber hast du gesehen, dass so ein Typ mit einem Bugatti Veyron auf der Runde waren? 415. Da ist der Bremsweg 700 Meter oder sowas. So weit kann man gar nicht sehen. Also, du sowieso nicht, du siehst 10 Meter weit. Ich sage mal so, wir beide haben auch schon des öfteren Autofahrten gehabt, die, sage ich mal, nicht hier so besprochen werden dürfen. Vor allem du am Steuer. Bisschen Gumball, Gumball, Gumball. Da waren wir jung. Sollten die Leute wissen, dass Paul Rübke mal eine Gumball-Phase hatte. Natürlich auch bei Gumball, wer das nicht kennt, das ist durch Europa-Ballern mit so Luxusautos und mit irgendwelchen krassen reichen Millionären, die dich eingeladen haben. Und dann, ja, es ging dann immer los. Also, der schlimme Moment war, wenn man sich dann zum Autofahren so Lederhandschuhe anzieht. Aber ich muss ehrlich sagen, also wirklich extreme Angst gehabt, muss ich sagen. Das stimmt. Oh, warte mal kurz, warte mal kurz. Hanna ruft gerade an mit einer Werbung. Hanna, was kann ich für dich tun? Du hast ja Geburtstag diese Woche. Ja, am 10. Februar, am Donnerstag. Wie feierst du denn eigentlich? Ich werde 41, da feiert man nicht mehr. Ich glaube, offiziell bin ich immer noch 27, gefühlte Anfang 20. Teenager ist so mein Mindset auf jeden Fall. Aber ich habe beschlossen, den Paris Birthday Club zu droppen. Das sind vier Hoodies. Einer davon ist meine Wunschliste, was ich mir so wünsche. Und auf den anderen drei ist ein Stück Kuchen zur Feier des Tages drauf. Und ein T-Shirt gibt es dazu. Das alles am Donnerstag um 4.20 Uhr p.m. auf viaparis.com. Und ich habe sogar noch was, was ich mir wünschen würde. Ich weiß nicht, ob du Fahrrad fährst, aber dass man bei Paris Supples Club die Februar-Challenge mitmacht. Das sind 41 Meilen und 1.981 Fuß Steigungen maximal. Ja, muss man umrechnen von Fuß zu Metern. Ich weiß nicht, wie viele es sind genau. Aber ich bin 1981 geboren und werde diesen Februar 41. Dementsprechend ist das die Challenge. Wenn man die macht, dann kann man vielleicht gewinnen. Und dann laden wir, Schwalbe und ich, sechs Leute ein, um zu mir nach Newport Beach zu kommen. Flüge sind bezahlt, Hotel ist bezahlt. Wir werden hier drei, vier Tage Radfahren gehen, grillen. Das ganze Kalifornien-Abenteuer. Du kannst jetzt noch mitmachen, weil der Februar ist die letzte Challenge, wo das dabei ist. Nice. Werde ich machen. Gut, dann war es das mit der Werbung. Sag mal, ich war hier, ich habe was erlebt. Und da wollte ich dich fragen, ob ich das jetzt in meine Insta-Story-Bio auch reinnehmen soll. Ich habe aber was erlebt, was quasi einerseits echt eine coole Verletzung ist, wie ich finde. Andererseits aber auf Englisch viel, viel, viel cooler klingt als auf Deutsch. Wie heißt denn Damris auf Englisch denn? Wie heißt das? Ich habe Surfunterricht, also Rosalie hat Surfstunden immer sonntags. Und bei einem Surftrainer und der Surftrainer ist aber, keine Ahnung, out of town gewesen. Und dann haben die bei mir angerufen, weil irgendwer irgendwie, ich habe mit denen halt mal geredet und was auch immer. Da sind dann alle Väter immer so am Strand, Sonntagmorgens um neun bei Blackies. Da warst du ja auch schon mal. Und dann haben wir da, dann saßen wir da halt rum und dann hat er gesagt, nächste Woche bin ich nicht da. Und irgendwer hat gesagt, dass ich früher ja mal Hockey-Trainer gewesen bin und dass ich Leuten beim Surfen ja manchmal helfe. Die sehen mich halt im Wasser, wenn, keine Ahnung, zum Beispiel die Elevator-Boys da sind. Die waren jetzt da und denen habe ich surfen geholfen. Das heißt, da surfe ich gar nicht selber, sondern dann gehe ich nur ins Wasser und schiebe die so rein, weißt du? Und versuche die halt in die Position zu bringen, damit die ein bisschen, dich habe ich doch auch schon mal reingeschoben. Deswegen, also dementsprechend war ich dann der Surftrainer, Coach Ripkey. Und dann habe ich da erstmal schön Aufwärmphasen militärisch gemacht. Da waren die schon ein bisschen genervt, die anderen Kinder. Und also sind, ja, sind jetzt auch nicht die fittesten Kinder gewesen. Da waren echt ein paar dabei, die müssen mal, ja, also da muss auch mal ein bisschen. Aloe Vera drüber geschmiert werden. Da muss auch mal Aloe Vera drüber geschmiert werden. Die können auch mal ein, zwei von diesen Sachen da in sich. Shiro Daya kann auch mal da sein. Gut. Auf jeden Fall haben die aber, dann war ich drin und dann habe ich die rein. Und dann ist das Problem gerade, dass das Wasser sehr, sehr, sehr kalt ist bei uns. Das ist Meereswasser. Und je flacher es ist, desto wärmer natürlich durch die Sonne. Das weiß man ja. Und deswegen sind sehr, sehr viele Rochen unterwegs im flachen Wasser. Und nach zehn Minuten trete ich auf einen Rochen. Und jetzt kommt die Verletzung, die ja immerhin den Crocodile Hunter getötet hat. Du bist wirklich auf eine Stachelrochen getreten. I got stung by a stingray, heißt das auf Englisch. Wow. Und auf Deutsch aber, ich bin von einem Rochen gestochen worden. Von einem Stachelrochen gestochen worden. Von einem Stachelrochen gestochen worden. Also das finde ich irgendwie aber. Sag das mal ganz schnell. Sag das nochmal ganz schnell. Stachelrochen gestochen worden. Wow. Ich bin von einem Stachelrochen gestochen worden. Wow. Stachelrochen gestochen worden. Stachelrochen gestochen worden. Okay, aber das ist so einer der coolsten Sachen, die passieren kann. Das weißt du, ne? In den Fuß rein. Und dann dachte ich, oh, also hat schon Schweine wehgetan. Aber Augen zu und durch. Und habe meine Surfstunde, ich habe eine Verantwortung. Deswegen habe ich noch 42 Minuten weiter Surfstunde gegeben. Nicht dein Ernst? Zum Abschluss rausgegangen. Und war dann, da waren schon alle anderen Väter so. Ich so, ah, ich habe so, also es ist schon auch ein Loch im Fuß. Also es ist halt, du siehst es so, weißt du. Der Stachel war jetzt nicht mehr drin. Aber du siehst, dass da halt was Ernsthaftes gestochen wurde. Und dann waren die alle so ein bisschen zu aufgeregt. Und ja, und hier Lifeguard Tower und bla. Und dann sind die zu den Lifeguards. Und die haben dann gesagt, ja, heißes Wasser. Ganz, ganz wichtig, heißes Wasser. Und um irgendwie das Gift rauszuholen oder was auch immer. Und dann habe ich es halt so ein bisschen in heißes Wasser. Das hat okay wehgetan, aber war jetzt auch nicht schlimm. War wie, wie, wie ein Wespenstich so ein bisschen. Aber jetzt auch nicht völlig wahnsinnig. Dann aber, auf dem Nachhauseweg, ist es eher so zu so einem Hornissenstich geworden. Und dann muss ich sagen, hatte ich die halbe Stunde lang, wirklich habe ich gebrüllt vor Schmerzen zwischendrin. Das war so asozial und habe immer so Anfälle gekriegt. Alle vier Minuten hat mein ganzer Körper sich geschüttelt, wie so Schüttelfrostanfälle und Attacken. Und war wirklich, und dann bin ich, irgendwann habe ich meinen Fuß in den Jacuzzi gehalten. So nach, es hat eine Stunde lang echt asoziales Wehgetan. Und dann war alles gut. Und dann war alles weg. Also Wärme hilft. Und ab dann habe ich mir auf die Wunde quasi ein Wärmepflaster. Weißt du, diese Dinger, die man so im Nacken, bei verspannten Nacken hat, habe ich mir um den Fuß geklebt, um die Wunde. Und ich habe keinerlei Schmerzen je gehabt. Das heißt, mein lieber Martin, wenn du in irgendeinem Dschungel mal wieder irgendwo, wenn es da Rochen gibt, nimm so ein Wärmepflaster mit, weil dann kannst du das direkt danach drauf machen. Und ich glaube, die Wärme führt dazu. Es gibt ja auch ganz viele Leute, wenn jetzt du kein Wärmepflaster dabei hast, musst du ja tatsächlich in eine Tüte pinkeln und den Fuß da reinmachen, wenn du vom Rochen gebissen worden bist. Weil auch die Wärme so ein bisschen das Gift da, die Eiweiße des Giftes irgendwie zum, ich weiß nicht, irgendwas passiert da chemisch, das habe ich nicht aufgepasst, wie Proteine oder irgend sowas passieren da. Und dementsprechend, um das Pinkeln zu vermeiden, weil dann stinkt der Fuß so, nimm eine Wärmepflaster mit, wenn du mal in Rochengebieten unterwegs bist. Das ist sehr gut. Das werde ich jetzt nämlich demnächst, brauche ich das wahrscheinlich. Das ist ein sehr guter Tipp. Vielen, vielen Dank. Ich muss sagen, ich finde das erst mal, das ist so unter, also ich bin ja Angler und das ist unter uns Anglern schon eine der coolsten Sachen und natürlich gefährlichsten Sachen, weil wir natürlich oft mit Stachelrochen in Berührung kommen, sind ja sehr friedliche Tiere, aber dadurch, dass sie, passiert das ja sehr, sehr oft bei so Uferna. Dass man drauf tritt. Dass man drauf tritt, weil sie natürlich sich auch eingraben unter dem Sand und man sie dann nicht sieht, aber das ist einer der krassesten Sachen. Natürlich kann es auch tödlich enden, weil das Rochengift einfach so krass ist. Es kann auch mit Lähmung enden, es ist keine Sache, glaube ich, wo man weiter 45 Minuten Kinder in die Wellen schubsen sollte. Tatsächlich muss ich dafür sagen, wow. Ich glaube, hier ist es ja so, in Europa kennt man so das Petermännchen. Das ist so ein kleiner Fisch, von dem alle so Angst haben. So ein ganz süßes Ding, kann man ja mal googeln, Petermännchen. Da haben ja immer alle so im Mitte mehr Raum Angst vor, auch neben den Feuerquallen. Aber ein Stachelrochen, es war ja beim Crocodile Hunter tödlich, weil der ihn direkt ins Herz gestochen hat. Aber dieser Stich und das Gift und natürlich auch die Größe des Rochens sind natürlich entscheidend. Es ist ein tödlicher, es ist tödlich. Und dafür muss ich schon sagen, Also meiner war wahrscheinlich ein Mini-Rochen. Na, egal. Da hast du auf jeden Fall eins von deinen sieben oder neun, wer weiß das schon, Katzenleben wahrscheinlich abgegeben. Aber das passiert natürlich meist in Fuß, aber es ist eine sehr gute, krasse Geschichte. Stachelrochen. Vom Stachelrochen gestochen worden. Gestochen worden, schreibe ich auf. Auf meiner Notizenliste, die ich mir gemacht habe, was ich dir alles erzählen will, sind noch zwei Mini-Sachen, die ich dir erzähle. Und dann können wir auch schon auflegen, weil wir quatschen schon wieder eine Stunde. Mein lieber Freund. Es ist schön, es macht wirklich Spaß, mit dir zu telefonieren. Mit dir auch. Schön, dass du morgens so gut drauf bist. Das ist unfassbar gut. Um drei. Ganz kurz, bevor du jetzt deine zwei Mini-Fragen hast, gehst du denn nochmal schlafen dann? Nee. Ich bleibe jetzt wach. Ich telefoniere jetzt. Ich versuche jeden Tag 10.000 Schritte zu machen und der Schlüssel zum Erfolg zu 10.000 Schritten ist, bei den ganzen Telefonaten, die ich habe, also ich telefoniere halt die ersten fünf Stunden des Tages durchgehend, also ich wechsle tatsächlich Airpods dann, weil die leer sind nach den ersten anderthalb Gesprächen. Das ist so unfassbar. Ich habe dann meine fünf Airpods, habe ich dann halt so meine fünf. Ist wirklich so. Die liegen hier auf dem Tisch. Zwei davon Sport, zwei davon Pro. Und dann, dabei gehe ich jetzt spazieren. Hier laufe ich im Kreis und schon mehrere Nachbarn haben mich angesprochen und haben gesagt, naja, es ist ein weirdes Bild, weil ich halt auch schon morgens dann, aber dadurch habe ich ganz, ganz viele Schritte und viele Bewegungsaktivität und wenn man quasi, ja, es ist wie R. Kelly und Jay-Z. Kann ich jetzt wegen in Mecklenburg-Vorpommern nicht machen, weil ich da immer ständig ins Funkloch gehen würde. Deswegen bin ich immer so zwischen, bin ich jetzt gerade so zwischen Anbauwand, unter der Treppe, in der Ecke, neben dem Staubsauger, wurde der einzige Punkt, wo ich irgendwie Netz habe. Aber es ist gut, dass du das mit den Schritten hinkriegst. Also, ich habe einen großen Erfolg gefeiert, in meinem Leben. Und zwar, wahrscheinlich, also ich finde eigentlich und ich dachte, dass ich dafür mehr Props kriege, weil der Erfolg ist schon ein Jahr alt, aber den Erfolg entdeckt niemand. Deswegen dachte ich, muss ich das jetzt einfach meinen Freunden immer erzählen, wenn das da ist. Auf Google Street View, wenn du da das Paris Clubhouse eingibst, 6000 West Coast Highway, weißt du, wo dieses rote, wunderbare, kleine, kurze, mein Büro ist. Das ist der Social Place, wo jetzt wirklich, das ist lustig, da kommen immer mehr Leute vorbei. Wir sind ja hier unter uns. Ich schenke auch jedem, der vorbeikommt, schenke ich einen Pulli oder ein T-Shirt, weil ich hier einen kleinen Overstock habe von so Pastellklapp und den alten Sachen. Und deswegen finde ich es lustig, immer mal jemanden zu schenken. Und diese Fahrräder, ich habe jetzt noch ein neues Super 73 gekriegt, weißt du, diese elektrischen geilen Dinger, die leide ich dann immer aus. Egal. Also auf jeden Fall, in der Google Street View Datei, ich habe nämlich vor anderthalb Jahren das Google Street View Auto gesehen von innen, dass es langsam vorbeifährt und habe mich sofort mit Vollgas, bin ich zur Tür gerannt und habe die Tür aufgemacht und habe zum Google Street View Auto, telefoniert natürlich, geschaut. und das ist in der Google Street View Datei drin. Da stehst du? Da stehe ich in der Tür. Und das finde ich, ist mein größtes Achievement, was ich je in meinem ganzen Leben geschafft habe, aktiv ins Google Street View Ding. Aber niemand merkt es. Es gibt einen Menschen, der mir im letzten Jahr geschrieben hat, krass, im Google Street View vom Paris Clubhouse bist du drin. Ich so, ja, endlich, sag mal jemand, endlich gib mir mal jemanden ein bisschen Liebe dazu, dass ich diese wirklich, finde ich, krasse, herausragende Leistung geschafft habe, ins Google Street View Auto reinzukommen. Aber nein, niemand ist es. Also, freut ich dir. Also, ganz kurz, ich finde es wirklich gut, weil es sehr lustig ist und so Rübki-mäßig ist, aber irgendwie mit einem Subway-Sandwich im Mund ein langsames Auto, was so ein bisschen bescheuert durch die Straßen fährt, zu entdecken, rauszulaufen und während so die Krümel vom Hammond-Cheese so runterbriseln, irgendwie so zu dem Google Street View Auto zu winken, ist, also ich glaube, da hast du schon krassere Sachen geschafft, aber das Produkt, am Ende bei Street View drin zu sein, das ist toll, tatsächlich. Und ich glaube, da träumen viele von. Herzlichen Glückwunsch. Das ist so schön. Und zum Abschluss will ich dir noch eine zwei, ich habe zwei sehr lustige Tweets über mich. Eine so, ich glaube, sie wollen fies sein, aber ich nehme das eher als Kompliment an. Also der erste Tweet über mich war, Paul Ripke ist die Mensch gewordene Midlife-Crisis. Geil. Finde ich schon mal ganz gut, muss ich sagen. Da musst du mit spielen, Midlife-Crisis musst du mit spielen, das ist gut. Ja, voll. Wirklich einfach, das stimmt ja, hundertprozentig. Ich bin seit 20 Jahren in der Midlife-Crisis und werde auch hoffentlich die nächsten 20 Jahre in der Midlife-Crisis bleiben und mir Sachen... Hoffentlich bleibt es eine Midlife-Crisis und wird keine Midlife-Crisis. Oh, ja. Midlife-Crisis. In irgendeinem Song, aber ich weiß nicht mehr welcher. Wirklich? Ich habe es vergessen. Ich glaube, zum Glück in die Zukunft zwei oder so. Irgendwo hatte ich das mal. Aber egal, jetzt weiter. Aber mein Lieblingstweet, den ich je über mich gelesen habe, ist, Paul Rippke ist, wenn Finn Kliemann und Thomas Gottschalk ein Kind bekommen. Wirklich? Das ist gut, oder? Ja, das ist gut. Ziemlich gut, ja. Ist auch relativ akkurat. Thomas Gottschalk hat natürlich auch natürlich so ein... Ja, natürlich. Dieses U-Ice-Ding von Tommy mit seiner Malibu, das heißt jetzt Newport Beach. Das ist gut, oder? Und so dieses ADHS-mäßige Sachen machen von Finn Kliemann. Ganz, ganz viel. So viel wie möglich. Und ganz, 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 ganz. Der Tag hat 38 Stunden. Ich muss sie alle nutzen. Mein lieber Freund, ich, zum Abschluss, wir hatten ja eine Sache uns eigentlich vorgenommen, dass ich nach unserem Telefonat hier dir ein paar Begriffe sage. Du schreibst mir einen kurpfälzischen Rap und ich rappe den dann nochmal a cappella ein und wir packen das dann einfach hier hinter das Telefonat rein. Weißt du noch? So über die Folge. Weißt du? Dass man immer einen Titan 16 Bars oder vielleicht auch mal 12 Bars oder 8 Bars oder was auch immer. Ich finde es so, wenn wir beide einen Podcast machen, sollte immer auch Rap irgendwie. Also du solltest rappen. Genau, auf Kurpfälzisch. Ah jo. So, ich habe ein paar Begriffe mir aufgeschrieben. Vielleicht willst du aber noch andere dazu beitragen. Und der Lyrischere von uns beiden bist ja du. Ich meine, also, denn ich erinnere mich so schlecht, aber wir haben ja mal ein Freestyle-Battle gegeneinander gemacht, so 8 Miles-mäßig. Wer hat da nochmal gewonnen? Also wer ist der King M. Cypher-Rap-mäßig? Du wahrscheinlich. Ich, ne? Ja, ich habe es nicht mehr auf dem Zettel gehabt, wer der Titan-Battle-Rapper ist. Aber trotzdem habe ich ein paar Begriffe aufgeschrieben und vielleicht willst du aber dann noch ein paar Begriffe dazu machen und trotzdem bist du ja der Lyrischere und einen Folgentitel brauchen wir auch noch. Aber erstmal die Begriffe. Aloe Vera ist der erste Begriff. Dann Chirudaya. Ja. Dann, ich habe dir schon mal einen Rhyme vorbereitet, Papaya. Chirudaya. Chirudara heißt das, ja. Oh, Entschuldigung. Nein. Chirudara. Dann gibt es Post von Paul, weil das könntest du da irgendwie reinmachen. Triathlon. Ich kriege so oft aufs Maul. Dann habe ich T-Rex. Gut. Reimt sich gut auf Bizeps auch. Genau, T-Rex, Bizeps. Dann habe ich einen kurpfälzischen Begriff für Waffen, nämlich Wummen. Der Wumme ist auch bei uns gut. Wumme. Wummen. Wummen. Tempolimit. Ist auch was. Also weißt du, da kannst du damit spielen ein bisschen. Ja. Dann Stachelrochen. Das wusste ich, dass der kommt. Sehr gut. Sehr gut. Dann habe ich auch noch mal den Crocodile Hunter. Und dann habe ich Mitleid Crisis noch aufgeschrieben gerade. Aber wenn du das schon in einem Song Gibt es noch was, was da fehlt? Vielleicht aus dem, also Sri Lanka könnte man halt noch. Ich habe am Anfang nicht so viel aufgeschrieben, muss ich zugeben, weil ich so gebannt dann erzähle. Das könnte man machen. Ich finde ja tatsächlich, darüber habe ich auch ein bisschen nachgedacht. Ich finde, dass Sri Lanka ist einer der schönsten, also wenn man das so spricht, schönsten Namen für ein Land. Also früher hieß das ja glaube ich Ceylon. Selbst wo ich, also das war ja Ceylon immer. Aber Sri Lanka, das klingt einfach so schön. Sri Lanka. Waren wir da gemeinsam eigentlich? Ich fahre nach Sri Lanka, du tätowierst dir einen Anker. Da haben wir gleich den Anfang. Sehr gut. Sri Lanka, Anker. Toller Begriff. Und wie nennen wir die Folge? Die Suche nach dem Inneren. Ich würde sagen, Hashtag gesundes Jahr, oder? Gesundes Leben vielleicht sogar. Oder gesundes Jahr. Ich finde ja so ein komisches. Gesundes Leben klappt einfach nicht. Also das wird einfach nicht, dafür sind wir einfach auch ein bisschen zu dumm. Also wir sind ja nicht konstant. Das ist ja das Schöne am Leben auch. Es geht auf und ab. Ja, keine Ahnung. Gesund. Gesundes. Gesundheit. Hatschi. Nein. Es muss ja großartiger sein. Mann, wenn du jetzt schon jede Folge einen neuen Jingle hast, was ich keiner mehr merken kann, ist das jetzt ein Podcast oder ist das eine ganz normale Folge? Neues Anthem, mein Freund. Anthem. Anthem. Da muss man wenigstens einen guten Titel haben, die so ein bisschen mit so innerer Ruhe zu tun haben. Also nicht so reißerisch sind, sondern so ein bisschen mehr von der Bild-Zeitung weg und ein bisschen mehr hin zur zum Fulton, der Frankfurter Allgemeinen. Fulton heißt das? Fulton. 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 Fulton heißt das. Parfums. 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 Ja. Parfums ist so gut. Uruguay. Uruguay. Oh Gott, wo war das denn? Das war Kramer bei der Einzelnen Krone. Fußballer von Mönchengladbach. Der hat nicht das Wort Au Revoir. Das war ein bisschen schwierig. Den Hit-Song von Sido featuring hier. Mark Förster. Genau. Sag, also gesund. Ja, wir überlegen uns was. Wir überlegen uns einfach was. Gesund ins Jahr zum Superstar oder so. Das entscheidende, gesunde Jahr. So könnten wir es doch rennen. Du hast doch gesagt, das Jahr ist sehr entscheidend. Für mich ist es das entscheidendste. Für mich doch auch. 2022 ist es entscheidendste. Cool. Ich habe gestern einen IWC-Podcast mit George Russell aufgenommen, weißt du? Für den ist es auch ein ziemlich entscheidendes Jahr in der Formel 1. Ja, warum? Naja, weil der jetzt die Chance des Jahrtausends hat. Der ist im schnellen Auto. Ist wahrscheinlich einer der talentiertesten Fahrer der Welt. Wenn der Louis hermittenschlägt und vielleicht sogar Weltmeister wird, dann aber hallo. Mega geil. Würde mich freuen, wenn es eine neue Staffel mal geben würde von Drive to Survive. Kommt jetzt gleich. Wer wird Super Bowl Champion? Oh, total egal. Wer ist da jetzt drin? Die LA Rams, ne? Ja, stimmt. Das waren die besten NFL-Spiele, die es je gegeben hat. Die letzten zwei Wochenenden waren einfach nur Viertelfinale, Halbfinale. War einfach das Wahnsinnigste, was ich je sportlich... Also ich stand schreiend vorm Fernseher und zwar zwei Wochenenden lang. Das war wirklich, wirklich geil. Die Rams werden Super Bowl Champion, also... Gegen wen spielen die nochmal? Gegen die, äh... Ich werde schon vergessen. Oh, Roll. Siehst du so? Gegen die anderen Falcons oder was? Nein, ist doch alles super. Tom Brady hört auf, glaube ich. Mal gucken. Ne, hört auf, ja. Es waren tolle, es waren krasse Spiele, heftigste. Ich hätte ja auf Kansas City gesetzt, aber ich bin jetzt auch nicht so krass drin. Ich gucke. Ich habe jetzt, mein Problem ist irgendwie Hansa, dass die irgendwie in der zweiten Liga bleiben. Deswegen, ich bin da auf einem ganz anderen Film gerade. Aber Football, auch in Deutschland muss man sagen, immer mehr Leute gucken das, machen das. Ich finde, trotzdem sollte man irgendwie, um Fan zu sein, wenigstens mal bei einem Spiel gewesen sein. Da bin ich nach wie vor richtig krasser Oldschool-Romantiker. Aber für dich war das natürlich schön. Ich habe ja voll viel Spielen. Na, du wohnst da ja auch, aber die ich kenne, die gucken dreimal irgendeine Sendung und sind dann Football-Fans. Und das nervt einfach. Das nervt mich einfach. Ich weiß nicht, warum mich nervt es. Ich finde, Football ist ein geiler Sport. Ich liebe Football. Ich gucke auch gerne Football. Aber ich war schon mal mit dir sogar beim Superbowl. Und ich war auch bei ziemlich vielen Spielen, auch von den Giants und so. Wenn wir uns das angucken, ich bin jetzt aber nicht gleich Fan. Frankfurt Galaxy damals, ne? Da war ich auch. Ich hatte eine Jahreskarte für die NFL Europe. Für Berlin Thunder. Sagt mir fünf Vereine aus der NFL Europe. Düsseldorf, Ryan Fires. Die Frankfurt Galaxy. Berlin Thunder. Oh, kannst du? Nur Deutsche, ja? Oh, fuck, ja. Hamburg Sea Devils? Nee. Fuck. Ich glaube, ich habe jetzt die Blue Devils, aber die haben nicht in der NFL Europe gespielt damals. Blue Devils hießen sie. Wahrscheinlich irgendwas aus Nürnberg noch oder irgendwas. Nee. Genau, die NFL Europe war nur in Deutschland. Ja. Amsterdam wahrscheinlich. Ja, wie hießen sie? Wie hießen sie? Bicyclists? Nein. Admirals. Admirals. Okay. Und wie hießen die aus Barcelona? Keine Ahnung. Barcelona Dragons und die London Monarchs. Also ich weiß jedes Team noch aus der NFL Europe. Und das ist ungefähr 25 Jahre her. Und ich fand da wirklich Frankfurt Galaxy sehr gut. Wir haben übrigens in Rostock auch einen sehr guten Verein. Und zwar die Rostock Griffins. Ja, die kenne ich. Und ihr habt auch Handball super, ne? Wir haben Handball super. Hat sie Empor Rostock. Ist sehr gut. Ist der zweiterfolgreichste Verein der ehemaligen DDR im Handball. Der Welt. Weil er ja früher immer Serienmeister war. Empor. Freund, macht dich nicht lustig. Empor ist stark. Wir sind in der zweiten Liga aufgestiegen. Ja. Indie. Wisst ihr denn in Heidelberg? Sind da wieder tolle Sachen. Habt ihr nicht? Handball. Also habt ihr neben dem Academics nicht auch noch eine Football-Mannschaft? Students oder so? Aber es gibt einen Fußballverein jetzt tatsächlich. Es gibt wahrscheinlich dann der 1. FC Besserwisser. Das wäre aber gut. Hallo, wir sind vom 1. FC Besserwisser. Schön. Gut, ich muss los. Gut. Martin, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Was nimmst du dir vor für den nächsten Monat, wenn du jetzt abgenommen hast? Weil wir terminieren ja nächsten Monat wieder. Jetzt kommt bei mir, ich fahre jetzt gleich wieder weg. Verrate noch nicht, wohin. Das sage ich dir dann. Direkt gleich geht es los. Und jetzt geht es um Kraft. Und jetzt geht es um den Sport, den man sich aussucht. Und da solltest du auch offen sein, dass wir vielleicht neue Sportarten probieren. Ja. Und du? Machen wir. Frisbee wäre gut. Boomerang, habe ich überlegt. Das könnte das neue Ding sein. Was machten ihr da? Wir spielen Boomerang. Wir sind Boomerang. Kommt zurück wie ein Boomerang. Wir sind Boomerang-Spieler. Braucht man immer so riesen viel Platz in einem Park. Gehen allen auf den Sack. Ah, das hat nicht geklappt. Der Wind. Ah, scheiße. Und dann fällt es so in den Picknickkorb. Und dann muss man da so peinlich hingehen. Haben Sie meinen Boomerang gesehen? Oder wir machen sowas wie, wir haben eine neue Sportart erfunden. Boomerang-Golf. Boomerang-Golf. Nun kommt man leider nie zum Ziel. Das ist total nervig. Kommt immer wieder. Ja. Ganz, ganz, ganz anstrengend. Oh, ich habe eine 417 gespielt auf dem Part 3. Boomerang-Golf. Kommt immer wieder zurück. Meter vor Meter. Boomerang-Golf schreibe ich auch noch auf die Riste für den Rap. Okay, schreibe ich auch. Also, du schreibst jetzt einen Text und den wie in einer Zauberei. Warte, ich habe ein Zaubergeräusch. Genau, genau. Zum Abschluss hier. Ja, ich möchte aber von einem von deinen Fans noch ein Boomerang-Golf-T-Shirt gerne, was einer von deinen Fans designt und uns dann schickt. Das würde ich gerne tragen. Und ich habe jetzt ein Zaubergeräusch, damit hören wir auf. Und am Ende des Zaubergeräusches komme ich wieder und rappe den Text, den du dir jetzt ausdenkst. Okay? Geil. Super. Tschüss, mein Süßer. Tschüss. Tschüss. Yo, yo, yo. Ich kenne kein Zubasa, keine Mila Ayohara. Aber ich mache bald Chirodara und esse eine Papaya. Ich wechsle meine Farben, genau wie ein Salamander. Ja, Ripki ist ein Mix aus Lautern, Pauli, Hansa. Ja, mein Homie Ma Terry, ja, war in Sri Lanka. In Newport Beach nennen sie mich nur den Crocodile Hunter. Warum? Mann, letzte Woche wurde ich abgestochen. Von wem? Es war ein Stachelrochen. Große Schmerzen in meinem Fuß, das Rochengift in meiner Leber. Doch zum Glück fand ich den Strauch mit Ayurveda. Yo, letzte Woche, da war ich ziemlich fleißig. Ein Triathlon, ein NFT. Ja, Paul, der ist ein Haifisch. Seit 20 Jahren hänge ich fest in einer Mitleid-Crisis. Doch setz mich ein für ein Tempolimit. 230. Nein, ich komme nicht vorbei, wenn der Rubel nicht rollt. Ich bin Ripki, ich spiele nur Boomerang-Golf. Peace out. Kann man so Geräusche jetzt machen? Danke. Ja. Danke sehr. Vielen Dank. AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, wird präsentiert von Otto Mohl, dem Begleiter für deine Gesundheit. Und es helfen mir auch ein paar Leute dabei. Hannah macht die Redaktion und hilft mir bei der Werbung. Simon schneidet das Ganze. Vielen Dank, lieber Simon. Und Hype Lab macht übrigens die Werbung. Wenn ihr eine Werbung buchen wollt, paul.hype-lab.com. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich hier supportet.